Hallo zusammen, ich bin der Hose und bewege mich gerne in der Natur und in unseren Bergen hier im Entli-Buch. Ich mache mit dir auf Wunsch eine kleinere oder eine grössere Wanderung und zeige dir etwas von unserer schönen Natur. Auf dieser Wanderung kann ich dir noch ein feines Entli-Buch, ein Käsefondue oder ein Aperot-Blättchen mit regionalen Produkten auf die Tische. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und wir werden bestimmt etwas passendes finden für dich. Zum Abschluss noch etwas nicht Alltägliches, ein Besuch im Tretmoorbecken in Mettelimose.